So, wir machen weiter. Und zwar, jetzt kommen wir auf was Verrücktes. Jetzt brauche ich den Versuch nochmal. Wir schauen uns den nochmal an hier. Und zwar, Achtung, was haben wir bei der ganzen Sache gemacht? Wir hatten hier hinten, hier in diesem Bereich, hatten wir ein Gewichtchen, was nach unten fiel und den Wagen über die Strippe, hier war die Umlenkung, über die Strippe nach vorne gezogen hat. Dieses Modell, das brauchen wir jetzt mal für den Zug. Und das schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht. Und zwar, jetzt stellen wir uns mal vor, der Zug würde von irgendwas gezogen werden. Jetzt mache ich es mal ein ganz bisschen schneller, zack, zack, ohne Fenster. Und zwar binden wir hier eine Strippe ran an den Zug vorne. Und wir haben hier eine Umlenkrolle und da hängen wir ein Gewichtchen ran. Und wir möchten mal ausrechnen, wie groß muss dieses Gewichtchen sein, Gewichtchen, ihr werdet gleich staunen, um diesen Zug, der ja immerhin eine, ich schreibe mal MZ wie Masse des Zuges, immerhin 80 Tonnen Masse hat, um diese Beschleunigung zu erreichen. Und die Beschleunigung, die war auch gegeben. Das heißt, wir können wieder eine ganz einfache Matheaufgabe daraus gemacht haben. Wir haben Masse des Zuges, das war gesucht. Und wir haben noch was gegeben. Und zwar gegeben aus der vorigen Aufgabe 0,25 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, die Beschleunigung des Zuges, nennen wir es einfach AZ, wir könnten auch AZ-Zug ran schreiben, aber ich lasse es mal bei AZ, waren ein Viertel oder 0,25 Meter pro Quadratsekunde. So, wenn wir jetzt die Kraft errechnen wollen, müssen wir einfach bloß nochmal gucken, wie war unsere Formel dafür? F ist M mal A. Hm, F ist M mal A. Vielleicht kommen wir ja damit weiter. Moment, verschrieben. F ist gleich M mal A. So, dann setzen wir mal ein. Gesucht ist die Masse. Hm, vielleicht kommen wir ja dahin. Wir errechnen dann erstmal, wie stark die Kraft sein muss. Und eigentlich wissen wir schon was. Denn jede Masse auf der Erde, nicht gerade in der Schwerelosigkeit, erfährt auch eine Kraft. Ich schreibe jetzt die Kraft mal so. So, denn auf die Masse wirkt auch eine Gewichtskraft Fg. Und das geht leicht. Hier gibt es eine Frage. So, jetzt nehmen wir mal unsere Kraft F. Die ist gleich. Und jetzt 80, oh, 80 Tonnen. Das sind ja 80.000 Kilogramm. Und jetzt kommt die Beschleunigung mal ein Viertel Meter pro Quadratsekunde. Und aus vorigen Überlegungen wissen wir, dass Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, hier, dass das Newton ist. Denn F ist M mal A und F wird eigentlich in Newton angegeben. Also, können wir die ganze Sache arg vereinfachen, indem wir sagen, okay, F ist demzufolge, wir rechnen also erst die Gewichtskraft aus und kommen dann auf die Masse. 80.000 und das Viertel, das kann man schon mal kürzen, das ist sehr schön. Und zwar, durch 4 ist 1 und durch 4 ist 20.000. Und hinten das Gelb unterlegte, das wären Newton. Also, Moment mal, durch 1 mal 1, das kann ich mir schenken. Das sind also 20.000, nee, jetzt kann ich es auch im Lieder schreiben, 20.000 Newton. Das ist die Gewichtskraft, hier, wunderbar. Und daraus kann man auch auf die Masse schließen. Und zwar, die Masse, wir hatten ja gesagt, das ist jetzt ein bisschen mathematisch ungenau, wir hatten ja gesagt, wenn ich die Kraft durch 10 ungefähr, eigentlich durch 9,81, wir kommen später darauf, teile, dann habe ich den Wert der Masse. Das war aber nur Pures, ohne Werte rechnen. Das Ganze gilt nur, wenn ich hier Newton habe, also hier in Newton und hier in Kilogramm. 20.000 durch 10 sind 2.000 Kilogrammen. Masse entspricht das. Also hätten wir M schon ausgerechnet. M ist rund genug, also das reicht, sodass man schon fast sagen kann, ist ausreichend genau 2.000 Kilogramm. Jetzt mache ich eine Pause, weil das müssen wir wirklich nochmal durchdiskutieren. Wenn man also, ich fasse nochmal kurz zusammen, wenn man sich also vorstellt, dass irgendeiner da vorne an dem Zug zieht, und zwar so ähnlich wie mit einem Gewicht, dann kann man erstmal die Kraft da rechnen, die nötig ist, um den Zug mit einem Viertel Meter pro Quadratsekunde zu beschleunigen. Und er hat ja 80 Tonnen Masse. Und wie viel brauche ich, um das mit dieser Beschleunigung hinzubekommen? Dann komme ich auf 20.000 Newton. Und nochmal aus der Faustformel, wenn ich das hier in Newton angebe, das ist also eine Formel, die sollte man eigentlich nur so mal ganz grob gebrauchen, für den Überschlag, und das hier in Kilogramm, dann kann ich rund, sagen, einfach durch 10 teilen. Genau wäre durch 9,81. Und ich habe gleich die Kilogramm. 2.000 Kilogramm sind aber 2 Tonnen. So, jetzt diskutieren wir. So, das heißt, wir haben jetzt die ganze Sache nochmal durchdiskutiert. Kann man sich merken, wenn es um Wägelchen geht, die schneller werden sollen. Das können Autos sein, das können, wie in einem Video hier, solche Versuchswägelchen sein. Ganz egal. Wenn es um Beschleunigung auf der Ebene geht, das heißt, irgendwie, wenn was rollendes praktisch schneller wird, dann kann man das sich wunderbar vorstellen, hier vorne zieht irgend so ein Trottel, und das machen wir nicht mit Trotteln, sondern das machen wir mit einem Gewicht am besten, eine Umlenkrolle, und dann können wir mal die Kraft ausrechnen. Wie doll hat denn die Kraft gewirkt? Nochmal, das hieß grundsätzlich, unser Grundsatz war, wenn sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, dann wird er beschleunigt, beziehungsweise er erfährt eine Kraft, die ihn beschleunigt. Jetzt kommt's. Dann kann man doch auch von folgendem ausgehen. Ich stehe auf der Brücke und spucke einen Kahn, da freut sich die Spucke, dass ich Kahn fahren kann. Das meine ich jetzt nicht. Sondern ich stehe auf einer hohen Brücke und lasse einen Gegenstand ins Wasser fallen. Hier habe ich mein Wasser. Dann macht es Platsch, wenn er ankommt. Ich glaube, es kann sich auch jeder Folgendes vorstellen. Das ist eine bestimmte Strecke, die der Gegenstand fällt, Platsch, und dass diese Geschwindigkeit dieses Körpers ständig schneller wird. Der wird immer schneller. Oder ist das gegen unsere persönliche Erfahrung? Das heißt, da muss irgendein Trottel hier unten im Erdmittelpunkt, wenn man eigentlich mal richtig guckt, haben wir hier unsere Erde, da muss irgend so ein Idiot ziehen. Ja, das ist die Anziehungskraft, das haben wir schon geahnt. Und das Maß, wie viel etwas schneller wird, hängt ja von der Formel ab, F ist M mal A. Das heißt, die Anziehungskraft, die Gewichtskraft, sagt man auch, ist abhängig von der Masse des Körpers, hier von meiner M, und hier von der Beschleunigung. Aber das ist eine spezielle Beschleunigung, deswegen schreibe ich nicht M mal A, sondern schreibe ich M mal G. Und G ist ein festgelegter Wert, der ist 9, nicht festgelegt, sondern ermittelter und dadurch allgemein bekannter Wert von 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und jetzt wird auch klar, weshalb ich immer sage, durch 10 mal 10, das geht ungefähr. Ich hatte ja eben schon von diesem Wert gesprochen. So, und jetzt kann man Folgendes machen. Jetzt kann man sagen, naja, wenn ich zum Beispiel mal gucke und sage, ich stehe auf der Brücke und spucke einen Kahn und stoppe die Zeit, und ich sage, die Zeit von hier bis runter bis Platsch, das kann ich von oben beobachten, sind meinetwegen 2 Sekunden, hätte ich auch noch die Zeit gegeben. Und jetzt kann ich mich in meine anderen Formel erinnern, und zwar, wo war sie? Hier, S ist A halbe T Quadrat. Hier ist sie. Diese. Wenn ich mich dieser Formel erinnere, dann kann ich auch ausrechnen, ja, äh, wie hoch war denn die Brücke? Und genau das wird Gegenstand unserer nächsten Versuche sein. Das heißt, wir werden mal unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Höhen betrachten und können dann sogar unsere Beschleunigung alle nachrechnen. Die Lösung ist einfach. Ich schreibe einfach wieder die Formel hin, wenn ich die Strecke suche, wenn ich nicht weiß, wie hoch das ist. Es ist, jetzt schreibe ich aber G halbe T Quadrat, denn ich will ja mit dieser Spezialbeschleunigung, nämlich der Erdbeschleunigung, arbeiten. Und dann hätte ich, äh, 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Hier ist meine 2, die muss nach, da unten hin. Und jetzt muss ich das Ganze noch mit T Quadrat, also 2 Sekunden zum Quadrat, macht 4 Quadratsekunden. Na, dann schreibe ich hier auch Sekunden zum Quadrat, damit das besser auffällt, damit man es nicht mit der Strecke verwechselt. Äh, dann kann ich hier die Quadratsekunden und Sekunden kürzen. Hier sage ich, das sind Sekunden übrig. Hier bleibt nur 1. Jetzt nehmen wir die ganze Sache noch und kürzen hier die 2 und die 4. Und dann hätte ich, nach allem, 2 mal 9,81, das sind 2, 2 mal 18, 16, äh, 2 mal 18, 19,62 Meter. Denn, diese Zahlen bleiben übrig. Diese, diese und Meter bleibt übrig. Nichts anderes. Und eine Strecke wird nun mal in Metern angegeben. Also wäre die Brücke rund 20 Meter hoch. Ganz einfach. Fragen. Na, Mensch. Und ich habe gepennt. Natürlich. Äh, ich habe doch hier die 4. 2 mal 2 ist 4, ja, aber Sekunden habe ich nicht quadriert. Das heißt, warte mal, äh, hier müsste oben eigentlich Quadratsekunde gestanden haben und dann bleibt das, äh, fällt das komplett weg. Also nochmal sauber. Dann hieße das hier oben und unten wie folgt. Damit das auch deutlicher wird. Ähm, nochmal, hier stand 2 mal 2 ist 4 Quadratsekunden. Und hier unten hatte ich ja Meter pro Quadratsekunde. Ganz genau. So, und wenn ich die komplett gegeneinander kürze, dann fallen die komplett raus. Ja, ja, das kommt davon, wenn man schnarcht und pennt. So wie ich gerade eben. So, mit anderen Worten, wir können das ganz schnell ausreden. Und dieses Verfahren, das lässt sich super anwenden, wenn wir zum Beispiel auch sagen, äh, und den Versuch werden wir beim nächsten Mal machen. Wir lassen hier oben was aus dem Fenster fallen. Und wir werden die bestimmte Zeit messen. Also, Schulfenster, ganz einfach. Da gucken wir alle raus. So, aus dem anderen Fenster da hinten gucken auch noch welche raus. Und freuen uns. Und hier aus diesem Fenster hier vorne, da stehe ich und ich schmeiße den Gegenstand raus. So, unten steht aber einer und misst die Zeit. Der misst, wann ich abwerfe und wann das Ding unten aufkommt. Bumm. Nebenbei. Ganz nebenbei. Ich hatte von der Erdbeschleunigung gesprochen. Es gibt auch eine Mondbeschleunigung, es gibt eine Marsbeschleunigung, eine Sonnenbeschleunigung, eine Jupiterbeschleunigung, eine Beschleunigung, die auf alle Körper zutrifft. Das heißt also, die Anziehungskraft ist auch abhängig, wie groß ist der Körper. Und nebenbei, auf dem Mond, sind wir alle nur ein Sechstel Mal so schwer. Wir haben zwar die gleiche Masse, aber wir sind nur ein Sechstel Mal so schwer, weil der Mond nur ein Sechstel der Erdmasse ungefähr hat. Das heißt, unsere Kräfte, die wir hier gesammelt haben, auf der Erde, auf dem Mond angewandt, wenn wir hier einen Meter aus dem Stand hochspringen könnten, könnten wir auf dem Mond dann höchstwahrscheinlich sechs Meter oder ein Sechstel wahrscheinlich sechs Meter hochspringen. Na gut. Okay. Das bis dahin. Also das wären unsere nächsten Versuche. Diskussion. Weiter. So, wir haben uns mal folgendes überlegt. Ich musste damals in der Armee musste ich aus fünf Metern runterspringen. Mussten wir alle. Und der Sportlehrer wusste, dass nichts passiert. Warum? Jetzt haben wir uns überlegt, wie schnell ist man denn, wenn man aus fünf Metern runterhüpft? Warum war der Sportlehrer sich so sicher, dass da nichts passiert? Wenn ich diese Formeln schnappe und sage, ich möchte die Geschwindigkeit ermitteln, habe ich A, das kenne ich, das ist mein berühmtes G, dann brauche ich nicht extra 9,81 Meter pro Quadratsekunde zu sagen und V und T. Ja, T habe ich aber nicht. Aber S habe ich. Und dieses habe ich auch. Also können wir doch erstmal ganz schnell ausrechnen. Und jetzt kommt wieder der mathematische Betrug. Ich sage jetzt einfach mal 10 statt 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Hier unten schreibe ich meine 2 hin und jetzt nehme ich das Ganze mal T Quadrat. S weiß ich aber, also kann ich das auch noch ersetzen. Das sind meine 5 Meter gewesen. Das Ganze umgestellt. Jetzt mache ich mal eine Pause. Das geht ganz schnell. Wir haben das jetzt mal ganz schnell ausgerechnet. Dann komme ich auf 10 Meter pro Sekunde. Das entspricht also einer Geschwindigkeit von 36 Kilometer pro Stunde. Ich sage das jetzt mal ganz schnell, ohne das herzuleiten. Das heißt, die Auftreffgeschwindigkeit hier unten waren 36 Kilometer pro Stunde. 36 Kilometer pro Stunde. Das ist gar nicht so schlimm. Wer schon mal mit dem Fahrrad relativ schnell gefahren ist und gestürzt ist, der hat das ungefähr geahnt, was da passiert. Und das kann man überleben. Und wenn man das richtig mit entsprechender Abrolltechnik macht, dann geht das. So, ich mache jetzt das Video an der Stelle erstmal dicht. Das sind solche Betrachtungen. Wie gesagt, wir machen dann Fallversuche aus verschiedenen Höhen und dann kommen wir da drauf. Und dann kommen wir da drauf. Vielen Dank.